Bisschen wir da lang? Ja, müssen wir. Fuck, ey! Ich hab keine Munition mehr, ey. Oh, das ist bitter. Was heißt? Schieß doch, Alter! So, ich weiß jetzt nur nicht. Sind das die Dinger, die kaputt gehen? Weißt du was? Alter, okay. Zack, zack. Auch noch ein bisschen was genommen. So. Ähm. Da müssen wir lang, ne? Ja, das geht bestimmt kaputt, oder? Ah! Ist das wieder so ein Gewichtsding? Komm, weiter mal. Mal aus. Alles mal hier so drauf stapeln. Das haben wir auch im zweiten Teil schon gehabt. Der Physik, das war wirklich realistisch. Oder doch nicht. Ein Stein. Komm, nehmen wir auch noch. Tun wir auch noch in eine Einkaufstasche rein. Was haben wir denn noch? Ne, da haben wir nichts. Okay. Nein! Alter, wo muss ich denn da lang? Einfach nur das Ding, glaube ich, ne? Das können natürlich sein. Was können wir denn noch hier drauf tun? Was schwer ist. Alex? Bist du eigentlich mit mir hier drin? Okay. Komm, nehmen wir den anderen Stuhl auch noch. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es jetzt wirklich was bringt. Komm, sonst nehmen wir das auch noch. Mal gucken. Hä? Verstehe ich nicht. Warum muss ich denn noch Alex mit reinnehmen? Komm. Komm. Was ist das denn da? Ist wieder anstrengend. Guck mal, es geht doch sofort runter, ey. Hä? Verstehe ich nicht. Alex, was ist los, ne? Wie es wohl außerhalb der Stadt aussieht. Komm rein! Boah, muss die da gar nicht mit rein. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffen sollte. Was liegt doch auch alles hier drauf? Ich weiß zwar nicht, ob es genug Gewicht ist, aber anscheinend ist. Scheint ja nicht. So. Irgendwas muss ich doch hier, was schwer ist, aber hier ist nichts. Hier gibt es einfach nichts. Ich muss auf jeden Fall, da kann ich nicht lang, muss das Feuer eindämmen, damit ich da hoch kann. Aber ich bin einfach zu schwer. Alter. Verstehe ich nicht. Weil hier ist doch auch nichts mehr. Ne. Das ist noch nicht meins. Na gut. Hm. Warum muss ich das irgendwie anders anordnen? Komm, weißt du was? Wollen wir alles hier runter? Zack, das geht sofort. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ob ich den Stein jetzt hier dran habe? Zack. So, jetzt kommen wir mal die Farbeimer. Nur halt vorsichtiger. So, probieren wir jetzt nochmal. Guck. Das bringt doch gar nichts. Hä? Alles hier drauf. Komm. Scheiße, irgendwas drauf. Wir müssen es ja machen. Wie geil man damit stapeln kann, ey. Guck. Warte mal. Wie war das denn nochmal mit dem Spring? Das bringt aber nichts. Oh. Alter. Warum kann ich denn nicht? Warte mal. Warte mal. Warum geht das mit dem Spring denn nicht, wenn ich jetzt renne? Guck mal, er kann, wenn ich... Ah, ich glaube, ich würde es schaffen. Ohne Spaß. Weil er macht das nicht im richtigen Moment. Jetzt wieder. Kacke. Oh, muss ich da rüber springen? Fall auf das Ohr. Oh, Kacke. Menno. Ich habe auch keine Ahnung, ey. Guck. Ich brauche nur ein Scheißgewicht, ey. Hm. Keine Ahnung. Oh, muss ich dann vielleicht noch das Ducken mitdrücken? Das könnte natürlich auch so sein. Warte, was versuchen wir mal. Es gab da so ein einen, so ein Sprung. Da muss man dann halt dann springen. Versuchen wir nochmal. Ach, Kacke. Warum geht das denn jetzt nicht wieder nicht? Gerade bin ich schon die ganze Zeit gesprungen, ey. Da ging es und jetzt wieder nicht. Ah, guck. Jetzt kommt es so mit rein. Na, Alex, alles gemacht. Nicht übel. Gehen wir nach oben. Speuern wir aber trotzdem mal. Hm. Ah, jetzt kümmert sich erstmal darum. Aber einen Sniper haben wir schon da. Okay, da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Okay, wir fahren mal hier runter, ne? Ach du Scheiße. Speichern heißt das. Oh, warte mal kurz. Was denn? Wir kommen hier nicht durch, solange der Schafesschütze da ist. Der Schafesschütze? Boah. Das war doch geil, oder? Einfach mal so ranschleichen, oder? Wo, 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 wo. Das war doch heftig. Ich weiß aber auch nicht. So. So, warte mal. So. Mal ein bisschen aufräumen. Okay. Der auch noch. Jut. Aber nur fast. What do? Ah, okay. Ah, muss bestimmt hier. Oder? Dann gucken wir mal. Auf jeden Fall. Hämmerspannend bis jetzt. Wir haben die Straße da vorn versperrt. Lauf drauf zu, okay? Ich gebe dir von hier aus Deckung, bis du da bist. Wenn die Luft rein ist, komme ich nach. Okay, ich kann die Leiter wohl zu dir runterlassen. Ich schieße schnell den Riegel weg. Dann mach mal. Ich habe schon mal kein Gewehr mehr benutzt. Ist ja geil. Macht aber nichts. Er kommt. Sehr schön. Komm, 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 komm. Headshot. Wollen auch noch welche? Nö. Und da jetzt nicht. Und. Sehr geil. Ah, scheiße. Unspaßlich mein blödes Brecheisen und ich habe. Ey, das macht mich voll fettig, ey. Okay, da gibt es nichts mehr. Kurz Energie aufladen. Jetzt muss ich alleine durchgehen. Scheiß Fickvieh, ey. So, dann machen wir auch mal schön vorsichtig hier sein. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine Aufnahme-Pause. Alex kann sich ein bisschen ausruhen mit dem Sniper, kann ein bisschen rumwinken. Ich ruhe mich ein bisschen aus hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier an dieser Stelle weiter bei Half-Life 2 Episode 1 mit mir, Mingo Viva und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die erste Aufnahmesession. Auch wenn es mal kurz ein Problem gab oder zwei Stück da. Aber das soll uns nicht weiter stören. Und da würde ich sagen, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.